farewell to the kings möchte kein mensch haben wer ist das nochmal das gambit ist ja gerade so gut gelaufen kommt macht d4 ich will das gambit haben ist irgendein mod da der alte trick läuft verfangen damit er gibt auf das ist ja geil gegen gar takamski das ist die belohnung kriegt man gm das überlegt gerade so viel zehn sekunden lässt er ablaufende garter er meint er kann sich erlauben mal gucken ob das gambit auch gegen ihn klappt mal gucken ob er d4 macht kommen nehmen das gaben mit angata mal gucken ob das blackburn gambit auch gegen so starke großmeister funktioniert kommt springer c3 ruchade laufer g5 laufer f3 dami e5 reiner grüßte der hat josefine gemeldet schlecht josefine eine mann würden niemals schieten die weiß noch nie mal wie das geht nein springer g4 total schlecht das geht überhaupt nicht was er macht schade springer f3 droht hier ne was macht er auf springer c3 springer c3 springer c3 springer f3 damit vergeblich springer c3 springer g6 dame e8 springer f4 das sieht gut aus dann drohe ich alles geht hier nicht springer f3 gf3 turm e2 schlagen auf e4 turm e1 was ist los chat geht das nicht er opfert hier die dame ok turm d1 geht aber auf jeden fall die dame h3 einfach lol dame h3 mit der idee turm d1 was los chat er hat nicht genug für die dame objektiv jetzt muss ich ruhig bleiben deckt g7 der springer kann nicht nach vorne genau so jetzt b6 hier oder was mache ich luftloch für den könig die dame deckt alles und jetzt kann ich sowas wie a5 a4 a3 spielen er will nach c3 der schlingel ich denke einfach man kann er h7 nehmen aber dann g7 nehmen ist egal komm meine güte wie gut spielt er das denn plötzlich hat er alter lachs ich kann ja nichts mehr angreifen so genau spielt er das nein der c3 hängt fuck 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 Das war Tapp gewonnen. Egal! Egal! Egal!